Servus Leute, was geht? Willkommen zum ersten Video von Team Legendary hier auf dem Kanal, was sich um Pokémon, Strahlen, Diamant und Glänzende Perl dreht. Ich glaube sogar das erste generelle Video, was hochgeladen wird. Und ja, ich würde sagen, wir starten heute mit einem Guide für halt Diamant und Perl, für die Remakes, welches Starter ich empfehlen würde. Wir reden hier von meiner Empfehlung und man muss natürlich sagen, jeder Starter natürlich ist auch von seinem Team abhängig. Also nur als Beispiel, weil ihr mit Chillast bei gewissen Trainern Probleme habt, könnt ihr ja trotzdem Chillast wählen. Ihr müsst einfach nur vielleicht ein anderes Pokémon ins Team mit reinnehmen, was bei diesen Trainern dann besser ist. Also wir reden jetzt wirklich nur rein von den Starter-Pokémon, wenn ihr das halt, sagen wir mal, am Hauptsächlich spielen wollen würdet oder fast sogar fallig nur mit dem spielen wollen würdet, in welchen Trainern ihr Probleme bekommen solltet und irgendwer schreibt mir die ganze Zeit. Ich hoffe, das hört man nicht im Video. Ich würde sagen, also starten wir mal. Ganz kurz mit einer kleinen Übersicht. Also wir haben ja Chillast, der zu Shell Terra wird, was der Typ Bodenpflanze oder Pflanzenbode ist. Wir haben ein Pokémon, was ein physischer Tank ist, aber trotzdem Schaden austeilen kann. Dann haben wir Blindfarm, was zu Empolion wird, was ein spezieller Tank ist und auch Schaden austeilen kann. Und dann haben wir noch Panflam, was zu Panferno wird, was ein relativ schneller Schaden zu austeilen ist. Einmal wirklich viel Schaden, ist relativ schnell, aber hält dementsprechend nicht viel aus. Wir gehen mal die Platzierung von hinten, also von drei nach vorne bis zu eins. Also am schlechtesten so gesehen kommt leider Chillast weg. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ich hätte gerne Chillast gewählt. Es ist super süß. Ich mag einfach Shell Terra und die Pflanzenstarter werden irgendwie immer so ein bisschen vernachlässigt. Kann das sein? Schreibt mal in die Kommentare, Leute, spielt ihr mit den Pflanzenstartern oder nehmt ihr die auch nicht? Sag mal, wer hat früher Bisasam genommen? Ja, also meistens eher Clumanda oder Shiggy. So, jetzt haben ich ein paar Notizen mir gemacht, Leute, weil, sorry, ich kann mir nicht genau alles immer merken, ist ein bisschen viel, ein paar Notizen gemacht gehabt, wo die Pokémon gut sind, wo die Pokémon schlecht sind. Also, wie gesagt, wir sind immer noch bei Chillast bzw. Shelterra. Also, der Vorteil von Shelterra hat einen geilen Movepool, wie zum Beispiel Erdbeben, Holzhammer, relativ starke Attacken, aber er hat auch ein paar Probleme bei einigen Trainern. Aber kommen wir erstmal zu denen, wo ihr durchkommt. Also, ihr kommt beispielsweise bei Walters Gesteins Pokémon gut durch, aber wir reden von Arena-Leitern und Top 4. Wir haben Marinas Wasser-Pokémon, Adams Stahl-Pokémon und Volkers Elektro-Pokémon, wo ihr auf jeden Fall gut mit Shelterra durchkommt. Wo es ein bisschen schwerer ist, ist bei Barry zum Beispiel bei eurem Rivalen. Habt ihr ein paar Probleme, gerade auch, weil er halt auch Panferno dann dementsprechend hat, was euch ein bisschen Probleme setzt. Bei Team Galactic werdet ihr am Anfang auf jeden Fall eher die Rüpel schaffen. Später werden aber auch die ein bisschen schwerer, weil die zum Beispiel Goldbuds bekommen und ihr auch ein bisschen Probleme mit Shelterra kriegen werdet. Und sonst habt ihr im Endeffekt nur bei der ersten der Top 4 eine Chance. Der Rest wird mit Shelterra auch ein bisschen schwerer. Besonders zum Beispiel auch Eisattacken und so, weil die ja schon merken, wir haben auch einen Feuertrainer in den Top 4. Also auch da wird es ein bisschen schwerer für euch. Auf dem zweiten Platz ist Plinther, Leute. Plinther wird ja zu Empoleon. Und Empoleon habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, Team Galactic komplett alleine eigentlich Platz zu machen. Also die meisten Pokémon werden gegen Empoleon schlecht dastehen. Was ein bisschen schade ist, der Movepool von Empoleon ist ein bisschen schlecht. Also ihr habt zum Beispiel, glaube ich, keine einzige Stahlattacke, die ihr irgendwie lernt, die was bringt, obwohl es den Typ Stahl ja hat, weil es ja Stahlwasser ist. Habe ich vorhin vergessen, das nochmal zu erwähnen. Also Empoleon ist auf jeden Fall ein Stahlwasser-Pokémon. Sonst werde ich ein bisschen Probleme bekommen bei Silvana, Volkner, Hilda, Teresa und Barry. Diese fünf werden für euch ein klein bisschen schwerer werden, Leute. Also auch da müsst ihr ein bisschen gucken. Wie gesagt, teilt das Ganze oder holt euch im Prinzip am besten einen guten Pool an Pokémon. Wie gesagt, außer wenn ihr halt Challenge-Runs machen wollt. Dann wird es ein bisschen schwerer. Dann kommen wir zur Panflam, Leute. Panflam wird zu Panferno, ist der Typ Feuerkampf. Kennen wir ja mit Logok zum Beispiel auch schon. Und ist halt das beste Starter-Pokémon. Muss man leider Gottes sagen, er ist schon relativ stark. Ihr habt gegen sehr, sehr viele Trainer eine Chance. Zum Beispiel habt ihr gegen den ersten Arena-Liter, der Typ Stein ist. Denkt man ja erst so, puh, wird ein bisschen schwer mit Feuer. Aber ab Level 14 werdet ihr ja schon zur nächsten Entwicklungsstufe und bekommt den Kampftypen dazu. Und dementsprechend könnt ihr damit auch den Gesteinsorden euch easy holen. Sonst habt ihr es einfach gegen Silvana, Adam, Frieda und Barry. Werdet ihr, ich sag mal, gut durchkommen. Wo ihr ein bisschen Probleme bekommt, ist bei Marina, Teresa und Lucio. Die werden ein bisschen, oder Lucio ausgesprochen, sorry. Da werdet ihr es relativ, ich sag mal, da werdet ihr schon ein bisschen Probleme bekommen. Aber sonst der Movepool von Panferno ist auch sehr, sehr gut. Also da müsst ihr auch keine Sorgen machen. Also im Großen und Ganzen, Leute, würde ich sagen, die Empfehlung ist natürlich, dass ihr mit Panflam startet. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich sagen, Leute, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ihr andere Guides zu Pokémon, strahlender Diamant und glänzende Perle haben wollt, schreibt es rein. Wir werden uns dran setzen. Wir werden die News sammeln. Wir werden für euch Guides machen. Also bis denne. Ciao.